Mühlen-Wellness. Tschüss. Tschau. Bis später. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's? Danke, das geht so. Schreibst du im Urlaub? Äh, nein, ich ziehe für ein paar Tage zu einem Freund. Hier gibt's die beste Currywurst der ganzen Stadt. Seit wann stehst du auf Würstchenbrüten? Immer schon. Hallo, Knut. Einmal Currywurst mit Pommes rot-weiß.